Habe ich ernsthaft Curves of the Darkness in the Chest? Was soll das? Ja! Explosive! Oh, ne, das ist Pyramaniac. Scheiße. Lokis Horns. Ah, das kenn ich. Das ist eine Chance, dass ich Crossed Tears feiere. Egal. Die willbräu nicht. Das ist Damage Up, glaub ich, oder? Ja, Damage Up und Fibber. Was soll ich denn mal für ein extra Herz gammeln? Ich weiß nicht. Immer vor... Oh, das ging schnell. Ja. Egal, ich brauch's ein extra Herz nicht. Jetzt wird Mega-Satan geknallt. Das Ding ist, ich hab auch noch Curves of the... Curves of the Darkness, ja. Darkness. Das ist gut, Alter. Darkness fackt mich immer so ab. Oh Gott, seine Schläge kommen jetzt. Oh, seine Mega-Blast. Wie viel Damage machst du im Mega-Blast eigentlich? Oh mein Gott, erscheint mir nicht so. Herz? Oder so? Keine Ahnung. So wenig nur. Und bei Gegnern machten Mega-Blast 300 Milliarden Damage, oder? Ja. Krass gebalanced. Oh mein. Nein. Okay, jetzt kommt seine Dings-Attacken, die ich aber auch so abwehren kann mit meinen Schüssen. Und ich kann ihm kein... Ah, jetzt kann ich ihn machen. Oh mein Gott. So, Mann kommt wieder. Jetzt muss ich gegen... Femmein und Pestilence kämpfen. Mal schauen, ob es gut läuft. Femstilence. Femstilence. Feminin. Oh, Death und... Oh Gott. Death und War. Ich kann mich grad nicht konzentrieren. Ich muss... Hüte! Ach, da oben war auch eins. Was soll das? Was? Was zum Fick war das grad von mir? Das war Premium. Gott. Ich triggere es voll. Das ist kein Dings... Wie viel Leben der hat. Das wird doch voll cool. Das ist ja schlimm. Weg hier. Oh. Envy. Ist hier irgendwo noch einer? Ich kann es nicht sehen. Ich block jetzt nur Envy. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 4. 1. 4. 1. 3. 1. 3. 2. 2. 2. 1. 2. Oh, das ist auf Sloth. Sloth ist wirklich eklig. Okay, die sind jetzt alle eh in einem Triff. Nein, die sind jetzt... Blin, weg. Was passiert hier gerade? Egal, ob alle werden überstanden. Ich muss nur noch ihnen genug Schaden machen, glaube ich. Und dann... Das ist schwer mit Curse of the... Curse of the... Was weiß ich, wie hell es gerade ist. Wie hell ist gerade? Goldi, mach auch Kommentar, ich fühl mich hier gerade voll... Voll, 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 wenn ich hier gerade komplett dumm rumrede. Was soll man mit Fans von mir denken, ja? Ja, mach Motivationssprüche, du wirst es niemals schaffen und... Nein, jetzt kommt die Niga, jetzt kommt die Nigaengel. Die hat voll vergessen. Ich glaube, das war in den Reihen. Nein, mach das nicht. Mach richtige Motivationssprüche, ja, ich hab... Da, Brügel. Oh Gott. Nein, gut, ich verstehe. War es ein schlechter Tag oder waren es schlechte 5 Minuten, an die du den ganzen Tag gedacht hast? Oh Gott. Das sind die Prisprüche und keine schlechten Motivationssprüche. Und immer dran denken, auch schlechte Tage sind... Oh, zweite Form, zweite Form, zweite Form. Go. Jetzt mach ich die Motivationssprüche, ich muss es schaffen. Was war ein Motivationssprüche? Ja, schlechte Motivationssprüche. Wissenwissen als eine Partynacht im Club. Hau ab, schlechte Laune. Er wird langsam getrimischt. Du, was ein Tier kennt, findet den Weg. Oh mein Gott, bist du jetzt schätzen, Beats-Spieler? Oh mein Gott! Ich spiel Karma-Sprüche. Karma-Sprüche. Jede Handlung hat eine Folge. Es ist nur so, dass das Kluge, das Rechte nicht immer etwas Gutes ist und das ich verständlich verstehe. Ich verstehe nicht. Ja, voll das Komische für dich. Ich kriege irgendwie kaum Damage, ganz ehrlich. Oh, nicht, dass das mich jetzt nicht beschweren will, aber... Irgendwie fühle ich mich ganz voll komisch. Oh mein Gott! Yes, besiegt! Natürlich. Ich hätte echt nicht damit gekriegt, dass ich das nochmal erschaffen habe. Das, 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 der letzte Run war komplett Glück. Ich hatte wirklich die schlimmsten Items, die man überhaupt bekommen könnte.